Herr Prof. Dr. Roland Koch, ganz herzlichen Dank für Ihr Erscheinen und die Bereitschaft, meine Fragen zu beantworten. Erste Frage ist, wir erleben das gerade in China und auch in Russland, Autokratien, Diktaturen werden durch Digitalisierung gestärkt. Gibt es mehr Chancen oder mehr Risiken für die Demokratie durch Digitalisierung? Ich glaube, man muss die Frage zum Ersten so beantworten, die Digitalisierung wird es geben. Sie wird es auf der ganzen Welt geben und man kann sich nicht von ihr entziehen in der Hoffnung, dass man damit ein politisches System stabilisiert. Aber man kann und muss dafür sorgen, dass die Werteordnung, die hinter einem bestimmten System steht, auch unter den Bedingungen der Digitalisierung erhalten wird. Und das ist ein wichtiger Kampf, zu dem Begriffe wie Datenschutz gehört, aber eben auch individuelle Souveränität, dass der Bürger unabhängig davon, ob das Datennetz es ermöglichen würde oder nicht, dem Staat verbietet, bestimmte Urteile vorzunehmen, also jemanden zu privilegieren, der sich wohl verhält und nicht. Und auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass der Bürger eine volle Information über das hat, was der Staat über ihn weiß. Also Datenschutz bei der Erhebung, restriktiven Umgang mit dem, was man an Daten weiß und Transparenz für den Bürger sind Kennzeichen von Demokratie. Diktatur könnte damit nicht leben und deshalb wird das ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bleiben. Nun sind Sie ja Jahrzehnte in der Politik gewesen und haben als Ministerpräsident von Hessen die Digitalisierung in dem Bundesland ja vorangetrieben. Daher meine Frage aus Ihrer Erfahrung heraus und auch mit Blick auf die Zukunft. Wie können Staat und Kommune durch Verwaltungshandeln in der Digitalisierung dazu beitragen, dass ihre Prozesse für den Bürger transparenter werden? Die Intransparenz wird ja häufig beklagt. Ist Digitalisierung da eine Chance? Ich glaube, es ist eine Bringschuld. Der Bürger wird dem Staat in Zukunft sehr viel mehr Daten zur Verfügung stellen, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil sie einfach da sind und erhebbar sind. Der Staat wird auch die Kombination von unterschiedlichen Informationen, die er bekommt, anders nutzen, auch nutzen müssen, weil er sich nicht künstlich dumm stellen kann in einer solchen Situation. Und wenn man das sieht, dann muss die Gegenleistung sein, dass der Bürger die Chance hat, nachzuvollziehen, was da gerade geschieht. Da ist vielleicht die estnische Regierung sozusagen in Europa jedenfalls das abschließende Vorbild. Wir sind gerade im Augenblick ja dabei bei der Registertransparenz, in dem Daten, die in bestimmten Einzelbereichen vorgehalten werden, möglicherweise auch von anderen staatlichen Institutionen genutzt werden dürfen, dass wir ein System brauchen, das genau protokolliert, was dort geschehen ist und dem Bürger auch ein Eingriffsrecht gibt, das im Einzelfall zu verhindern. Und diese Art von Transparenz ist das eine. Das andere ist, der Bürger muss auch ein Stück mitleben müssen, wie staatliche Prozesse entstehen. Das heißt, er muss von den Daten profitieren können im Sinne von abstraktem Erkenntnis gewinnen. Der Staat muss auch das, was er lernt aus den Daten, mit den Bürgern wieder teilen. Und Bürger müssen Zugang dazu haben. Also Kontrolle über das, was mit den eigenen Daten passiert und Beteiligung an der Lernkurve des Staates durch die verbesserte, digitalisierte Welt sind wichtige Voraussetzungen. Letzte Frage, Herr Dr. Koch. Brauchen wir ein Digitalisierungsministerium auf Bundesebene? Was würden Sie sagen? Das große Problem, das wir häufig haben, ist, dass natürlich diejenigen, die in einzelnen Bereichen, auch staatliche Verwaltung, etwas gut machen wollen, immer glauben, dass sie am besten wissen, was das Gutmachen genau bedeutet und erfordert. Und der Zwang, sich zu integrieren in darüber liegende Systeme, wird als unangemessen empfunden. Unsere Verfassung schützt dieses Gefühl durch die Regelung, dass jeder Bundesminister sein Ressort in eigener Verantwortung fühlt. Und ein Digitalministerium hat nur einen Sinn, wenn es diese Hürde überwinden kann. Ein Digitalministerium, das ein Ministerium neben den anderen ist, ist so machtlos und frustriert, wie das Finanzministerium das versucht, Digitalisierung durchzuführen. Das heißt, Digitalministerium erfordert Gesetzgebung, erfordert klare Regelungen über Finanzvorbehalte, Organisationen, Änderungen in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung. Also Digitalministerium, wenn es nicht ein politischer Spruch ist, ist eine signifikante Veränderung der Regierungsinfrastruktur auf einer nationalen oder auf einer Länderebene. Herr Dr. Koch, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Herr Dr. Koch, vielen Dank für's Zuschauen.